hallo und herzlich willkommen zurück zu the planet crafter schön dass ihr wieder da seid so also ich habe ein bisschen umgebaut g ich zeig es mal von außen dann habt ihr vielleicht einen besseren gesamtüberblick so wir fliegen mal hier gerade bisschen rüber das hat ja gut geklappt nee lass mich darauf na so ich habe jetzt ein bisschen umgebaut wie ihr seht ich habe dass er hat diese eisen fundamente die habe ich wieder weggemacht das sieht einfach scheiße aus ich habe jetzt in der mitte einfach zweimal das biodom 2 platziert ich finde das einfach optisch total geil mir gefällt das total gut und deswegen dachte ich das machen wir so da drüben habe ich jetzt auch noch hier einen so ein kreis oben drauf gesetzt und hier noch die ecken verfüllt und es gibt jetzt auch wohnraum für uns die wir noch ausgestalten dürfen so lass uns mal gerade hier runter gehen hier haben wir weiterhin unser labor hier machen wir so eine kleine pflanzecke da kommen also noch ein paar von diesen pflanztrögen hin dass wir hier einfach auch ein bisschen ja es grün haben ich überlege natürlich ob wir hier auch noch ein teil der werkstatt rein machen wollen das hier soll der privatbereich werden die privat gemächer dann hat man hier den durchgang zu den beiden bio domen können wir gleich mal mit mir jetzt kommt wieder so ein schauer den habe ich nämlich schon mal erlebt wo glaube ich super legierung fällt hier könnten wir eigentlich unsere kleine werkstatt einrichten müssen mal schauen oder ob wir vielleicht hier noch in der ecke was machen das muss ich mal gucken wie viel platz haben wir gerade genug wir sind allerdings durchstück ja hier jetzt abguckt euch das an guck mal wie viele darunter düsen mein nahrungs level ist kritisch ja das ist wenn man zu viel glotzt dann so schnappen wir uns das gerade mal hier wieder ich wollte eigentlich ein bisschen super legierung sammeln ach guck mal hier ach ist das übel oder also ich finde das ist fast schon übertrieben die nehme ich mir hier mal einfach brauchen werden wir sie bestimmt und ich habe noch was gefunden das zeige ich euch auch gleich ob ich hier gerade noch ein zwei super legierung abgreifen kann weil die verschwinden relativ zügig wenn man nicht aufpasst deswegen hier immer gleich raus stürmen nach möglichkeit mit einem leeren rucksack dann kriegt ihr das auch relativ gut auf die kette so ist ja noch einmal eins zwischen den folgen habe ich entdeckt guck mal zeolit das wächst hier also da ist eine wurzel wie man sieht es ist hochinteressant finde ich und ja damit ist unser zeolit problem dem grunde nach eigentlich auch wir sind jetzt schon wieder nahrungsmittel niveau niedrig nervt mich doch nicht dann ist doch was kann sich doch was mitnehmen ich habe zwar noch nicht herausgefunden wo das überall wächst weil das wächst sehr unterschiedlich guck mal hier ist auch so ne sieht geil aus ne guck mal voll haarig da die sie bisserl aus wie eine wurzel ja da kriegt man zeolit her jetzt flitzen wir aber mal schnell zurück wir haben auch ein bisschen was an der base zu tun heute wie gesagt so weit finde ich ganz gut die base langsam aber sicher wird es glaube ich auch den kille fit mitnehmen jetzt werfen wir aber erstmal blick auf die bildschirme war wenn wir mal ein gefühl kriegen wo stehen wir denn eigentlich wir haben mittlerweile schon einiges freigeschalten wir gucken mal kurz rein also die heizung die kennen wir ja so weit schon der nahrungszüchter ist klar wir müssen auch noch die recycling maschine machen und die schredder maschine das würde ich dann gerne in die werkstatt setzen wir haben jetzt hier noch ein dna manipulator und jetzt können wir hier wahrscheinlich auch diesen gas extractor setzen das sollten wir auf jeden fall mal tun ich überlege nur gerade ob wir nicht anfangen mit der werkstatt mal gucken weil ich habe mir gerade überlegt wir könnten natürlich das was ich hier vermeintlich als privatputze machen wollte wir können eigentlich hier die werkstatt rein machen oder die schön groß und ich meine ich kann ja dann da drüben einfach am ende des ganges man privat gemacht installiere jo das machen wir auch da zettern wir gar nicht lange rum da stellen wir den hier auf jeden fall um so wo haben wir dann den clean hier den stelle ich mal hier so mitten rein hätte ich gesagt so schön am land jetzt holen wir uns noch den großen da haben wir ihn was objekt ist nicht leer ich will da nicht das wohnabteil zerlegen ich will das ding will ich hier danke ich zeige auch euch gleich noch was ich mit den heizungen beziehungsweise mit der einen großen heizung für draußen und was ich mit den reaktoren gemacht habe ich habe die mal ein weiter weggestellt gerade mal überlegen wo wir den hinstellen wollen ich weiß natürlich nicht wie groß jetzt der recycler und co ist kinder erst mal so platzieren sehr gut was kosten eines und recycler recycling und schräg der maschine zerstört daran platzierte gegenstände ok kann ja mal den recycler machen oder zweimal den mikrochip dekonstruktion verstehe hier ne da brauchen wir zweimal magnesium und zweimal silizium das sollten wir da hinfegen zack zack und noch mal magnesium nach schön ja dann richten wir uns jetzt mal eine hübsche werkstatt ein jetzt gucken wir mal wie groß ist denn das denn ach das ist ja niedlich das würde ich aber glaube ich dann wenn so rum stellen oder können wir das da so gut platzieren ach nee wie geil haben wir nicht auch was zum schreddern ich hatte doch irgendwo kann ich denn das hinwarte mal hier die baumrinne raus machen da habe ich nämlich auch schon zwei von dem zeolit gefunden hier ist es nicht drin da auch nicht ich habe es irgendwo dazu geschmissen bei alu eher weniger sauerstoff sneaky box kommt hier muss mich mal wieder am garten kümmern hier aus mir und kunststoff ich habe es irgendwo neigemacht schwarzpulver ist übrigens auch schon dünge da ist noch baumrinne drin die kann auch raus algen sind auch wieder fast leer da haben wir noch zwei sachen zum recyceln wie funktioniert das ding jetzt besitze ich jetzt da drin liebe spiel da war ich in einer recycling maschine festgesteckt dann platzieren wir es vielleicht mal so so innerhalb recyceln ach hier ach guck mal an das ist ja cool nice so komm den hauen wir auch weg das ist ja echt witzig okay so haben wir mal den recycler gebaut ne den schredder würde ich natürlich auch gerne machen dafür brauchen wir allerdings schwarzpulver da müssen wir mal grad gucken stiefeln wir mal ins labor rüber was kosten mich schwarz war schwefel und iridium habe ich alles so iridium haben wir hier kommen wir machen gleich zweimal schwarzpulver und dem zweffel ja ein zuviel danke schwarzpulver was ist denn das hier eigentlich enorme mengen an energie okay ich glaube ich habe hier im mix-itschrank hier ist ja immer noch im mix-itschrank ist auch schwefel drin ja dankeschön hier muss ich auch mal aufräumen ist immer so der schrank wo ich hatte ich gar kein schwefel mehr dabei ich dachte mir fiel eins naja gut passt ja uran und osmium noch irgendwas uran und osmium ne so uran und osmium und osmium so dann flitzen wir mal hier in die werkstatt ach süß guck mal der ist ja auch niedlich den würde ich dann gleich hier neben dran stellen oder gerade mal gucken wie weit steht denn das ding weg da können wir es ja auch ruhig ein bisschen vorstellen so öffne die schreddermaschine so wenn ich das jetzt dann einmal ahja damit kannst du halt sachen generell loswerden ok schön dann haben wir soweit doch mal die werkstatt schon mal gepimpt den dna manipulator den würde ich tendenziell in das biolabor stellen das ist jetzt schon wieder Durst den würde ich tendenziell ins biolabor stellen da fehlt uns eigentlich nur so ein Quarz ne was kostet denn so ein Quarz hier auch nur die guten Sachen kostet so ein Quarz na klar hier ein Iridium aber wir hätten noch zwei in der Tasche gehabt gut egal Uran Osmium und eine von denen da und dann kostet der manipulator selber nochmal Kunststoff Kunststoff haben wir hier zufällig irgendwo Kunststoff umfahren ne ich glaube hier zack dann nehmen wir uns dann auch Kunststoff mit Schilder mache ich auch noch damit man auch weiß wo man hier immer ist so jetzt lass uns mal den dna manipulator machen wir haben ja jetzt ein bisschen Platz gewonnen hier am Eck dann stellen wir den mal dahin und das Ding ist ja auch geil ich wollte eigentlich noch ein bisschen hier äh Wohnquartier pimpen lass uns das mal machen wir haben doch hier irgendwo Iridium hier Baumrinde dann kommen wir da nämlich auch voran wir können mal gucken habe ich zufällig jo habe ich dabei unsere Werkstatt ja so wollte ich das eigentlich ne so wollte ich das dann machen wir hier auch noch ein schönes Schilder ja schön doch die Schilder die die gefallen mir richtig gut die verwende ich gern mhm Werk yeses Gott Wurstfinger Joe ne so Werkstatt schön haben wir das soweit also jetzt wollte ich mal gucken wie viel Stoff haben wir eigentlich gerade so am Start aber bevor wir das gucken hätte ich gesagt wir gehen hier nochmal runter können ja nochmal hier gucken hier müsst ihr eigentlich auch noch naja guck das Ding nehmen wir auch mal mit das nehmen wir mit die lassen wir mal so 13,7% wir sind schon bei Bäume boah Wahnsinn oder ja Sauerstoff könnte besser sein Sauerstoff könnte besser sein können wir eigentlich schon den besseren Nahrungs ne den besseren Nahrungszüchter können wir noch nicht schade jo das ist echt schade okay mhm lass uns mal kurz hier rein spickeln mhm dip 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 das kennen wir alles Saatgutrakete die wir natürlich auch nochmal ach hier guck mal ermöglicht das Trinken direkt aussehen nice okay was gibt es hier Baumsamenstreuer 3 Kernfusions Brennstoffzelle oh okay was haben wir hier Baumsamenverteiler und hier ohne da fehlt uns halt wie gesagt noch der Extractor 2 Wasserfilter wir haben noch 330 verfügbar an Strom und ich will mit euch eigentlich hier noch hin mal gucken ob wir es da gleich mal auf den Weg machen aber lass uns mal ja die Antenne habe ich versetzt lasst uns mal schnell gucke wo wir auch unser Büro dann hin machen wollen ich sag mal theoretisch könnte man das hier rein machen aber damit wir das gesamte Schiff ein bisschen nutzen wäre es das Schiff sage ich immer Basis wäre es vielleicht ganz schön wenn wir hier wenn wir hier das Büro einrichten oder wir richten das Büro hier ein das ginge natürlich auch hier haben wir nur keine Wände zum Aufhängen der Bildschirme höchstens hier könnten wir sie hinhängen das wäre natürlich noch eine Idee gerade mal gucken wie viel Stoff haben wir denn was kostet es denn hier was so ein Bettchen wäre ja auch mal nice und wenn dann gönnen wir uns vielleicht auch ein Doppelbett wir müssen mal gucken wie viel Stoff wir insgesamt haben aber ich glaube Osmiumstoffe hier ja so viel ist es nicht 10, 15, 16 Stück haben wir das Bett kostet ja schon mal 6 Tisch kostet mal nix das kostet alles Stoff Einzelbett das kostet Dünger okay wir können ja mal anfangen mit den Schreibtischen wie viel Eisen habe ich in der Einsteigen das müsste passen weil dann machen wir hier die Monitoring hätte ich gesagt mal gucken können wir die hier so weit platzieren kann man davon eigentlich auch zwei nebeneinander stellen ist natürlich auch eine gute Frage wir gucken mal ob das gehen würde theoretisch ach ja guck mal oh das ist auch nice oh ja da machen wir die ganzen Monitore drauf da machen wir die großen Monitore hier hin ähm sind die schon fertig zufällig jo die würde ich nämlich auch dann gerne umsetzen wollen was macht der Platz das geht so hier die Monitore wollte ich mitnehmen die gehen mit der geht mit das Ding das Ding das macht der Platz jo was denn jetzt schon wieder du schst jo ich kümmere mich gleich ah schön guck mal da kannst du hier schön durch den Wald marschieren oh ist das geil oder das macht Laune so wir wollten die Monitore hier aufhängen ich würde sagen wir hängen sie wieder in die gleiche Reihenfolge gerade mal schauen dass wir sie auch halbwegs vernünftig da aufgehängt bekommen das war Nummer 1 und hier ist Nummer 2 so oder ah jo spitze so jetzt muss man mal gucken ähm Nachrichten mach ich mal da hier so Nachrichten dann haben wir hier die blöde Map die machen wir mal die können wir ja eigentlich das ist mittig ne ja das ist mittig so das Ding machen wir da hin dann haben wir hier noch den den würde ich gerne hier außen platzieren ja und dann haben wir hier noch Strom ist das richtig ja das Ding würde ich gerne hier wieder mittig platzieren schnieke dann kann man nämlich hier theoretisch noch eine Sitzecke machen ach so ein Stuhl wäre vielleicht auch noch cool ne komm wir machen wir uns fix geil fände ich natürlich wenn man die Stühle auch benutzen könnte so was kosten überhaupt so ein Stuhl 2 so brauche ich gleich noch was Schaukasten wäre eigentlich auch geil ne haben wir noch mal Kobalt hier ähm Tourist es regnet übrigens in die Base rein ne also ich weiß nicht genau warum aber ist so hier noch ein paar Bönsche esse Stuhl dann machen wir uns mal hier den Stuhl so dann kann man sich da hin flacken wenn man das möchte Strom so ich wollte hier so ein Ding grad mal gucken wo darf ich denn das hinsetzen auch das darf ich überall hinsetzen ah ist ja nice jetzt bin ich natürlich neugierig ob man da auch die Raketen drauf machen kann aber bestimmt ne eigentlich wollte ich hier rein so die Essensdinge nehmen wir gleich mit geile Sache komm für die haben wir doch auch noch Platz die Bäume sehen aber auch echt cool aus ne also mir gefallen die Bäume echt gut haben sie schön gemacht so öffnen Schaukasten ach nee wie cool was kann man denn da noch so alles rein machen äh wieso fliegen die denn das ist ja witzig okay kann ich da jetzt alles hinlegen was ich will ja cool das Ding sieht geil aus so eins würde ich da gerne lassen aber wir machen das mal so und dann stecke ich die die stecke ich jetzt mal noch da mit dazu dann überlege ich mir was wir oben noch hin machen ah ist ja geil oder echt cool gucken wir mal ein Bett komm wir machen uns jetzt auch mal ein Bett was soll das ich gehe nicht davon aus dass das Bett funktional ist kann man gucken wie viel habe ich gesagt sechs ne jo ein zwei drei vier fünf sechs lass uns mal gerade noch gucken dann haben wir Bett den Tisch könnte ich auf jeden Fall machen was kostet denn hier so ein ah der kostet Dünger Dünger haben wir gerade keinen oder ne muss ich noch machen schade aber das können wir ja soweit schon mal einrichten ich bin hier spannend aber wie gesagt ich glaube nicht dass es funktional ist sondern Deko wie all anderer Kram auch das könnte aber hier unser kleines wohnreich werden unser kleines Schlafzimmer fände ich eigentlich gut und ich fände es eigentlich auch cool wenn wir beim Knacken aus dem Fenster gucken könnten oder ist nur Deko wie erwartet Tischler den machen wir da mal hin Schreibtisch könnten wir uns eigentlich auch reinstellen schade ja nicht so ja wir kriegen natürlich auch noch Blumentöppe und Co ach guck mal wie das schifft man oh man oh man was für ein Dreckswetter so jetzt soll ich eigentlich mal gucken funktioniert hier eigentlich die Map jo gab es Nachrichten ach die Kommunikationsantenne ist schon wieder nicht in Reichweite wo habe ich denn die hin da drüber dann schmeißen wir die halt hier mit aufs Dach auch kein Problem so hier jetzt müsste es ja gehen ne jo Nachrichten haben wir aber leider keine schade schade so ich sortiere später mal oder outtake mal das Zeug noch weg jo dann würde ich sagen vielen vielen Dank fürs Zuschauen bleibt mir gesund genießt die Zeit und bis gleich zur nächsten Folge tschau